Hallo, hier ist wieder dein Steffen Kirchner. In diesem Video verrate ich dir, wie du deine mentale Armut in echte Siegermentalität verwandeln kannst und wie du damit deine Ziele erreichen kannst. Wenn man sich dieses Wort Armut mal anschaut, dann muss man feststellen, es besteht eigentlich genau genommen aus zwei Wörtern. Denn wer an Armut leidet, ist arm an Mut. Aber mit einer Armut, also mit einem Defizit an Mut, so kommen wir nicht auf die Welt. Die Frage ist, wie entsteht denn sowas? Wenn wir auf die Welt kommen, sind wir eigentlich neugierig. Wir wollen neue Dinge ausprobieren, wir wollen neue Dinge erfahren, wir wollen uns neue Dinge trauen. Aber dann irgendwann kommen manche Menschen in unser Leben und würfeln sozusagen unsere Buchstaben durcheinander. Das, was du gesehen hast mit dieser Armut, dieser Aneinanderrangen von Buchstaben, das ist nicht das, was eigentlich unserer Natur entspricht. Aber wir haben zu oft Sätze gehört wie, das kannst du nicht, das geht so nicht, das ist zu verrückt. Überleg doch mal, wo du herkommst, sei doch mal normal, pass auf, das geht so nicht. Habe ich dir doch gesagt, dass das nicht so geht, lass mich das machen, das schaffst du nicht und, und, und. Und so entsteht auf einmal dieses Durcheinander im Kopf, dass man dann eben, wie gesagt, unter Armut leidet. Armut ist etwas, was erlernt ist. Dieser Mangel an Mut ist etwas erlerntes, es ist ein konditioniertes mentales Muster. Deswegen ist Armut ein mentales Programm. Deswegen nenne ich es mentale Armut. Es gibt auch natürlich eine materielle Armut. Und die Frage ist, was ist denn eigentlich unser Ursprung gewesen? Ich habe ja vorhin schon gesagt, wer unter Armut leidet, dem sind irgendwann mal verschiedene Buchstaben durcheinander gewürfelt worden. Also es sind bestimmte Dinge im Kopf verändert worden, bestimmte Programme. Und wenn du dir das Wort Armut anschaust, wenn man die Buchstaben wieder in die richtige Reihenfolge bringt, dann kommen wir einfach deutlich näher an das, wo wir eigentlich ursprünglich mal waren. Und das war das, womit jeder Mensch im Leben eigentlich ursprünglich auf die Welt kommt. Und das ist eben ein Traum. Wir sind alle mit Träumen auf die Welt gekommen. Und wenn man Menschen Träume ausredet, wenn man Menschen im Endeffekt desillusioniert und ihre Träume zerstört durch diese ganzen negativen Bullshit-Sätze, durch diese mentale Kommunikation und Konditionierung, dann wird aus einem Traum durch dieses Durcheinander im Kopf irgendwann Armut. Denn wer unter Armut leidet, ist nicht nur arm an Mut, sondern eben auch arm an Träumen. Jedenfalls an dem Mut, seine Träume zu wagen. Das heißt, wie kommt man denn jetzt wieder zurück, wenn man so eine mentale Armut hat? Und ganz ehrlich gesagt, wir alle haben ein Stück weit eine mentale Armut im Leben, meistens irgendwann ein Stück mitbekommen. Jedenfalls ich für mich kann schon auch sagen, ja, es gibt konditionierte Programme, die ich auch in diesem Bereich gelernt habe und die zu einer mentalen Armut, das heißt auch zu wenig Selbstvertrauen, zu wenig Entdecker sind, zu wenig Mut auch zu scheitern, Risikobereitschaft usw. geführt haben. Wie kommt man denn da wieder zurück, um diese mentale Armut zu verändern und dann wieder diese Siegermentalität zu haben, die eigenen Träume wieder anpacken zu können? Ich würde mich an der ersten Stelle, und das ist mein erster Tipp für dich, würde ich mich nicht mit der Armut beschäftigen, sondern ich würde mich wieder mit dem Traum beschäftigen. Was war denn eigentlich mal der Traum? Was wäre denn eigentlich der Traum? Wenn ich Menschen nach ihren Träumen frage, dann haben sie oftmals gar keine Antwort. Oder vielleicht wissen sie ihn nicht, aber vielleicht trauen sie ihn sich manchmal auch gar nicht auszusprechen. Dann manchmal überlegen diese Menschen, denken nach und dann lachen sie meistens so und sagen, naja, gut, es gäbe schon was, aber das ist ja verrückt, das ist ja illusorisch, das ist ja ein Quatsch, das wird ja sowieso nie was. Da kommt wieder das mentale Armutsprogramm. Und wenn ich sage, lass das mal alles weg, was ist denn eigentlich der Traum? Dann fangen Menschen an zu fantasieren. Der Blick geht meistens irgendwo in die Ferne und eigentlich fangen sie wieder an zu träumen. Und ich glaube, wenn wir uns an drei zentralen Kriterien halten, wie wir unsere Träume wieder klar machen für uns in unserem Kopf, ist das ein super Gegenprogramm gegen diese mentale Armut. Deswegen bekommst du von mir jetzt drei grundlegende Faktoren und Schlüsselelemente, wie du deinen Traum für dich wieder zurückgewinnst. Lass es uns in drei Fragen formulieren. Die erste Frage ist die Eigentumsfrage. Die Eigentumsfrage bei Träumen beschäftigt sich mit der Kernfrage, ist dein Traum wirklich dein Traum? Ich glaube, dass wir im Leben immer vielen Träumen folgen, nur meistens nicht den eigenen. Entweder nur den Träumen, die andere Menschen haben, und wir versuchen anderen zu helfen, dass sie ihre Träume leben oder verwirklichen können. Oder manchmal passiert es auch, dass wir versuchen, einem Traum nachzulaufen, wo wir glauben, es wäre unser Traum, aber eigentlich haben wir den Traum unserer Eltern übernommen. Wie oft kriege ich das mit bei Kindern, die irgendwann sportlich erfolgreich werden wollen, nur weil der Papa auch mal gern sportlich erfolgreich geworden wäre, aber nie geworden ist, aus welchen Gründen auch immer. Und das gilt natürlich genauso auch für die Mama, für die Großeltern, für wen auch immer. Das heißt, wir folgen oftmals nicht unseren eigenen Träumen, sondern Träumen, die wir uns von anderen haben, einreden lassen. Also frag dich als allererstes die Eigentumsfrage. Ist mein Traum wirklich mein Traum? Und natürlich auch, wenn du auf die Antwort kommst, nein, das ist gar nicht mein Traum, das wollte ich eigentlich gar nicht erreichen. Wie es zum Beispiel bei mir war, dass ich immer dachte, ich werde mal Steuerberater. Nicht, weil ich Steuerberater werden wollte, sondern weil mein Papa Steuerberater ist und er gerne gehabt hätte, dass ich Steuerberater werde. Das heißt, wenn du irgendwann erkennst, wow, es war gar nicht mein Traum, es war der Traum von jemand anderem, dann musst du entdecken, okay, was wäre denn eigentlich mein Traum, wenn die Meinung aller anderen egal wäre, wenn mir keiner reinreden kann, was ist mein Traum? Das ist Punkt 1, die Eigentumsfrage. Punkt Nummer 2 ist die Klarheitsfrage. Stell dir die Frage, siehst du deinen Traum wirklich glasklar? Das heißt, wenn ich einen Snapshot von dir wollen würde, also ein Schnappschuss, ein Bild, eine Headline, also wie das Titelbild auf einer Zeitschrift oder auf einer DVD, auf dem Cover, was wäre das für ein Bild, das deinen Traum im perfekten Endzustand sozusagen symbolisiert und zeigt? Siehst du die Traumverwirklichung, also den Endzustand glasklar in deinem Kopf? Es gibt einen schönen Satz, der heißt, wenn du einen Traum erreichen willst, oder wenn du ein Ziel erreichen willst, musst du schon mal dort gewesen sein. Das heißt, du musst jetzt in deinem Kopf schon mehrfach in die Zukunft gehen und dir vorstellen, wie das Ganze wirklich ist, um dich mental zu programmieren und dein Unterbewusstsein mit dieser Zielvorstellung, mit diesem Bild zu füttern. Mach dir bewusst, das Unterbewusstsein funktioniert primär über Bilder. Das heißt, Bilder kreieren bestimmte biochemische Prozesse im Körper. Bilder, ja, machen im Endeffekt dein oder kreieren einen Großteil deines Fokus. Das heißt, dein mentaler Fokus ist abhängig von den Bildern, die primär in deinem Inneren sind. Deswegen musst du deinen Traum klar sehen, damit dieses innere Bild somit auch zu einer Art inneren Navigationssystem, einem inneren Leitstern wird, der dich dann auch in Richtung deines Traumes bringen kann. Also zweite Frage, die Klarheitsfrage. Siehst du deinen Traum glasklar vor deinem inneren Auge in allen Facetten? Die dritte Frage, die es jetzt noch gibt, ist die Störerfrage. Die Störerfrage ist entscheidend, denn es gibt eine wichtige Erkenntnis, die ich über die letzten Jahre in der Arbeit mit vielen Profisportlern, Top-Unternehmern und Stars aus der Showbranche gemacht habe, die Träume hatten und auch ihre Träume teilweise schon gelebt haben. Und da habe ich festgestellt, es scheitert nicht am Potenzial der Menschen. Die meisten Menschen stellen sich die ganze Zeit die Frage, kann ich genug, weiß ich genug, bin ich genug. Sie stellen sich die Potenzialfrage, habe ich überhaupt genügend Möglichkeiten und Potenzial, genügend Fähigkeiten. Es scheitert nie am Potenzial, auch nie am Talent. Die erfolgreichsten Menschen in der Welt sind oftmals nicht so talentiert, sie sind mäßig talentiert. Aber das, was diese Menschen alle gemeinsam haben, ist, dass sie die Störfaktoren ausgeschaltet haben. Überleg dir, was sind die Störer meines Traumes? Was sind die Störfaktoren? Es geht im Leben nicht darum, dass du dein Potenzial die ganze Zeit noch weiter erhöhst, sondern es geht um die Frage, welche Störfaktoren sorgen dafür, dass das Potenzial, das du hast, das ausreicht, um deinen Traum zu verwirklichen, dass das Potenzial, das du hast, nicht entfaltet werden kann. Das Problem ist nicht das Potenzial, das Problem sind die Störfaktoren. Störfaktoren sind zum Beispiel negative Menschen. Störfaktoren sind zum Beispiel zu wenig Geld. Störfaktoren sind zum Beispiel zu viele Leute, die zu viel von mir wollen. Störfaktoren sind zum Beispiel, ich habe ein schlechtes Zeitmanagement. Und, und, und. Es gibt unglaublich viele Störfaktoren. Überleg mal, welche Störer es gibt, die dich von deinem Traum abhalten und eliminiere Schritt für Schritt diese Störfaktoren. Und wenn du jetzt erstens deinen Traum verfolgst, diesen Traum ganz klar siehst und die Störer auf diesem Weg dorthin ausschaltest, dann wirst du sehen, wie dein Mut wieder zurückkommt und aus der Armut auf einmal richtiger Mut wieder wird, der deinen Traum in die Realität ziehen wird. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, ja aber wie kann ich denn diese Störfaktoren erkennen, wie kann ich sie ausschalten, wie kann ich mich in meinem Kopf, mental und auch emotional in meinem Herzen wieder umprogrammieren, sodass ich endlich mein Traumleben selbst bestimmt verwirkliche und das, was ich im Leben will, in mein Leben ziehe. Dann möchte ich dir empfehlen, komm zur Erfolgsoffensive. Die Erfolgsoffensive ist ein zweitägiges Kennenlernseminar von mir, ein Erfolgsseminar, wo wir genau diese ersten Schritte gehen, damit Menschen die Störfaktoren Schritt für Schritt in ihrem Alltag ausschalten können, sich umprogrammieren können und sich vom Leben das holen können, was sie wirklich wollen. Ein selbstbestimmtes, freies Lebensgefühl. Komm unbedingt in dieses Zwei-Tages-Format, denn in diesen zwei Tagen lernst du wie im Zeitraffer. Denn erstens mal bekommst du eine ganz klare Struktur, wie du das alles machen kannst. Zweitens kriegst du beim Seminar schon die ersten Schritte mit, sage ich jetzt mal. Also das heißt, das bedeutet, dass wir beim Seminar schon die ersten Schritte machen. Du bekommst also, du gehst schon auf den Weg, du wirst von uns auf die Schienen gesetzt und bekommst praktisch dieses erste Wissen und die Überwindung der ersten Schritte einfach schon mit. Das heißt, du bist schon im Prozess, nachdem du bei diesem Seminar warst und du weißt ja, das Schwierigste beim Seminar ist immer das Anfangen beziehungsweise wenn du einen Veränderungsprozess, einen Zielprozess hast und du willst starten, das Starten ist das Schwierige. Wenn du mal zwei, drei Schritte gegangen bist, dann läuft das Ganze und beim Seminar bekommst du neben dem Wissen auch schon den Startschuss. Und natürlich lernst du einen Haufen tolle Menschen kennen, die auf diesem Weg dich unterstützen werden und die auch du unterstützen kannst. Geh einen Weg immer mit anderen zusammen. Wenn du also kommen willst zur Erfolgsoffensive, freue ich mich. Dort bekommst du noch deutlich mehr Kriterien, wie du deinen Traum definieren kannst, wie du ihn in dein Leben ziehen kannst. Insgesamt gibt es neun Faktoren. So viele Finger habe ich fast gar nicht. Neun Faktoren. Die drei wichtigsten habe ich dir jetzt mal erst mal gesagt. Fang damit an, schreib das Ganze auf, visualisiere das Ganze, schalte die ersten Störfaktoren aus und dann komm zur Erfolgsoffensive und lerne den Rest, den du brauchst, um richtig Geschwindigkeit aufzunehmen, um deinen Traum im Leben zu verwirklichen. Also, dabei wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß und viel Freude und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn es gibt noch sehr viel mehr Content, den ich in der nächsten Zeit für dich habe. Und es gibt auch schon ganz viele Videos, wo ganz viel Content kam. Teile diese Videos und schreib mir unbedingt deine Erfahrungen und deine Meinung unten jetzt in die Kommentare rein. Lass uns austauschen über das Ganze. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Steffen Kirchner. Bis zum nächsten Mal.